Hier links ist der Anteil eures Ackers, der in Inland ist. Und hier rechts ist der Anteil eures Ackers, der im Ausland ist. Ein Feld dieser Größe braucht jeder von uns. Würden alle so essen wie wir, bräuchten wir eine zweite Erde. Unsere Lebensmittel verursachen so viele Treibhausgase wie der Autoverkehr. Drei Familien im Selbstversuch. Sie wollen ihren Flächenverbrauch verringern, fairer und umweltverträglicher Essen. Wie gut? Für du, naja. Anders kochen, mit weniger Fleisch. Anders essen, mit mehr Freude. Anders einkaufen, regional und saisonal. Wird es gelingen? Ja, das wird es die Woche geben. Super. Early ln ein grosser Mensch, woher ulent, all Oi dikkym, wassi in dich ... υklar,agle, sho Global, mehr simplicity ... Viel navigator 경우